Und wir haben auch wieder ein Fundstück der Woche, sozusagen unser Videobeweis, wenn Sie so wollen. Also haben wir immer eine kuriose Szene herausgesucht und ganz klar diesmal hunderttausendfach angeklickt bei YouTube. Das, was der Kollegin Jessica Kastrop da passiert, ist in Mainz vergangene Woche. Boulourouge, Khalid Boulourouge, der Mann, der sie da traf, entschuldigt sich heute mit einem Blumenstrauß. Und mit diesem Kopfschuss à la Petritschich und damit hat sie heute Jürgen Klopp interviewt. Die Stuttgarter wünschen sich Augenzwinkern, Boulourouge ansonsten auch mal so präzise. Aber steht ihr doch gut, ne? Jessica kann alles tragen. War ja früher bei der B-Zeitung, ne? Ganz klar. Oder? Nett. Schön? Nett und kompetent.